Hallihallo ich bin's wieder euer Markus Pfarrer und Bassist oder einfach nur kurz gesagt der Herr Bastor ich habe euch heute wieder was ganz tolles mitgebracht meinen Ukulele Bass der sieht jetzt hier in der Kameraperspektive ziemlich groß aus ist aber ziemlich klein wie eine Ukulele halt ist aber nicht so ganz wie die Ukulele gestrickt hat tiefe Seiten genauso wie beim E-Bass oder wie beim Kontrabass und klingt eigentlich im ersten Moment relativ dünn ja was da wohl rauskommen mag werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen lasst euch doch einfach mal überraschen ich habe euch eines meiner Lieblings Lieder mitgebracht aus dem Jazz Bereich there will never be another you und dann schaut mal wie das ganze mit Tonabnehmer klingt und dann sehen wir euch zum nächsten Mal ich aus dem aqui vom und o Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020